Hallo Eishockey-Torhäute da draußen, einen wunderschönen guten Tag. Oft kommen ja die Fragen von euch da draußen, passt mir mein Schläger? Hier ein kleiner Trick für euch. Denn der Eishockey-Schläger, euer Torbatschläger, passt dann, wenn die Innenkante der Stock hat, die Außenkante des Schoners behüllt und der Schläger immer noch in der Mitte von eurem Pfeifhole ist. Dann passt die Schafthöhe eures Schlägers. Ich hoffe, ich konnte somit einige Fragen da draußen beantworten. Noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Ciao for now!